Hey, ich bin Maya Mitchell aus dem neuen Disney-Channel-Movie Teen Beach Movie. Jetzt nehme ich euch mit für einen exklusiven Blick hinter die Kulissen unseres neuen Films. Mac und Brady sind wahnsinnig ineinander verliebt. Noch ist der Sommer nicht vorbei! Aber alles gerät durcheinander, als ihre Tante plötzlich auftaucht. Überraschung! Ich dachte, du kommst erst morgen. Wir reisen morgen ab. Also Mac und Brady gehen beide surfen. Sie werden von einer Welle praktisch in unseren Film gespült. Er heißt Wet Side Story. Brady ist voll aus dem Häuschen, das er jetzt mitten in seinem Lieblingsfilm ist. Im Gegensatz zu Mac. Wir stecken in einer anderen Dimension fest und du willst unbedingt auf eine Party? Ohne mich, hörst du? Mac will echt unbedingt nach Hause. Nachdem die beiden ein, zwei Tage in Wet Side Story sind, werden sie immer mehr zu Figuren des Films. Sie können plötzlich nicht anders als singen. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Du singst? Ich glaube, ich singe! Mac ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie Entscheidungen treffen muss, als das alles geschieht. Mac denkt, sie muss auf diese neue Schule gehen. Natürlich denkt sie, sie muss das tun, was von ihr erwartet wird. Aber eigentlich möchte Mac nur surfen. Es ist, als würde dir dein Herz sagen, was du tun sollst. Und du hast aber das Gefühl, das geht irgendwie nicht. Es geht im Film ums Erwachsenwerden, um Schicksal, um Träume, darum, wer man wirklich ist. Kommt mit auf die coolste Beachparty des Sommers mit Teen Beach Movie im Disney Channel. Kommt mit auf die coolste Beachparty des Sommers mit den 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 S